So Leute, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich zack zack zack, zerstöre besondere Sandburgen. Ich gebe euch einen Tipp, fliegt nicht hier unten zu der Sandburg, sondern nehmt hier oben die. Aus einem ganz einfachen Grund, denn hier unten ist ja noch der Skin bzw. die Lara Croft zu erspielen. Da werden immer noch ziemlich viele landen, aus dem Grund lande ich diesmal im Solo-Modus da oben. Aus welchem Grund im Solo-Modus? Ihr macht das am besten im Gruppenkeil-Modus. Nur ich mache das deshalb im Solo-Modus, weil ich natürlich das Schattenpaket, die Schatten-Ruby mir freischalten will. Und ich muss ja dafür auch bestimmte Zeit überleben. Warte, wo steht es? Hier, ich muss 500 Gegner überleben, deshalb mache ich das Ganze gerade im Solo-Modus. Deshalb nicht wundern, ihr könnt das Ganze ganz entspannt im Gruppenkeile-Modus machen. Zack, ich gehe auch jetzt gerade nur dahin und gehe ganz simpel hin und mache die Sandburgen kaputt. Und hoffe natürlich, dass gerade keiner dort landet, aber ich hoffe mal, die meisten haben die Aufgaben schon gemacht. Ich bin heute halt ziemlich spät dran mit den Aufgaben, da ich halt schon ein bisschen länger arbeiten musste. So, wenn ihr mich natürlich immer noch supporten wollt, lasst gerne ein Like da, vergesst es bitte nicht. Und von mir schreibt auch gerne was Nettes in die Kommentare rein. Wer noch kein Abonnent ist, kann natürlich gerne ein Abo raushauen. So, jetzt gucken wir erstmal, wo sind hier die Sandburgen. Ich glaube, die sind immer hier unten unter den Schirmen, weil hier oben war ich selber auch noch nicht. Ah, da sind sie doch schon. Und es sieht gut aus, dass keiner mit mir geflogen ist. Zack, einmal Sandburgen Nummer 1 und ihr seht, ihr habt hier schön eure Ruhe. Zack, Nummer 2 und hier ist auch Nummer 3. Mehr müsst ihr nicht machen, einfach zu den drei Sandburgen hingehen, die quasi halt einfach nur zerstören, beziehungsweise benutzen, sage ich jetzt einfach mal und schon habt ihr die Aufgabe geschafft. Ich warte jetzt mal hier, bis die Zone ein bisschen weiter gedüst ist, gehe mal ein bisschen hier weg. Nicht, dass ich doch noch weggeholt werde, weil ich muss ja 500 Gegner überleben. Weil den Skin wollte ich mir heute auf jeden Fall noch freischalten, wie ihr den Skin auch bekommen könnt. Also den hier links, den ihr gerade seht, das ist Schattenruby. Ihr seht, ich habe die Aufgaben, wie ihr den bekommen könnt. Dazu habe ich eben ebenfalls ein Video hochgeladen. Einfach mal auf meinem Kanal vorbeischauen. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch viel Spaß beim Level und haut rein.